Oh, was zu trinken. Ich auch. Sollen wir da rüber? Oh, shit. Ich bin ins Wasser gefallen, das ist nicht gut, glaube ich. Große Steine, ich kann mit dem nichts machen, was habe ich jetzt hier, Schnecken, kann ich so eine Banane essen, bringt das was, Kohlenhydrate, Wurm, geistige, gesund, oh, ich hab nen Wurm. Irgendwas machen wir doch falsch. Ja, keine Ahnung. Was ist das, 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 ich kann mir auch, warte mal, ich kann einen Egel rausziehen, ich hab dir einen Egel rausgezogen. Was für ein Egel? Ein Blutegel. Wow. Und deinem Fuß war da drin, oh da leuchtet was grün, grüne leuchtende Pilze, oh warte mal, was ist das, oh hier ist ein Lager, komm mal hier hoch, Banane verdorben, Glut erforderlich, Werkzeug. Wo bist du? Bambusscheid, ok krass, komm mal hier oben, wo die leuchtenden Pfeile sind, äh Frösche, hier hoch sieh ich mich jetzt, weißt du, Larven, hier ist ein Larven hinter dem Shelter, es kann ja nicht sein, dass wir keine scheiß Steine finden, das ist doch, Kokosnussschale, Wasser sauber, eh trinken. Große Steine. I'm not stupid. WTF, Alter. Hast du den Schrei auch gerade gehört? Nein. Na gut. Du musst den Egel suchen. Doch, jetzt höre ich auch komische Scheiße. Banane verdorben. Alle. Wo ist der Scheiße? Egel. Such mich mal ab. Ah, hier ist er. Weg damit. Ja, jetzt lass uns doch erstmal einen Stein suchen. Ohne Steine leben wir eh nicht. Oh man, wer schreit hier die ganze Zeit so rum? Shit man. Wie werde ich denn nicht mehr verrückt? Ja. Indem du deine geistige Gesundheit steigerst. Ja, ok, dafür brauche ich einen Stein. Ah, ich habe einen Stein. Bist du das? Oh, 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 Eingeborene. Oh, shit. Renn weg. Ich glaube wir sind in den Linien hier rot. Geh mal andere Seite weg. Alter. Ich habe einen Stein. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Wie lange verfolgen wir uns denn? Haben die uns schon gesehen? Ich brauche halt was zu trinken. Oh, die sind hinter uns her. Shit. Ja komm, dann lass sie weiter. Lass sie drunter ans Wasser. Komm. Und übers Wasser drüber. Oh. Meinsch, die gehen nicht durchs Wasser oder was? Alter bleibe ich jetzt hier an einem scheiß Stein hängen. Oh, die schießen mit Pfeil und Bogen. Was ist mit denen kaputt, Alter? Weiter, 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 weiter. Oh, man. Nehmen wir die Kokosnüsse mit. Wir hätten die scheiß Kokosnüsse mitnehmen sollen. Der scheiß Pilz lass ich liegen. Ja, oben in einem Lager. Holy shit, Alter. Keine Ausfahrung, Alter. Keine Ausfahrung, Alter. Aber die kommen jetzt das Wasser wahrscheinlich nicht mit, oder? Papageikörper. Ich müsste irgendwas. Äh. Unbekannte Frucht hier. Oh, da kommt einer. Oh shit, man. Hä, ich seh den gar nicht. Ich hab Kamu schauen. Ich seh den gar nicht. Bin ich jetzt, seh den nicht, weil ich durchknall, oder was? Ah. Aber ich höre nur noch so lachen und stimmen. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, wir brauchen Essen, trinken. Riesengröte Körper. Ich lege mir die ab hier. Warte mal, ich habe den Stein gesammelt und habe jetzt mehrere kleine Steine. Ah, okay. Dann gib mal einen kleinen Stein her. Warte mal, was habe ich denn hier? Kraftet ja schneller ein Knife. Ja, dafür brauche ich jetzt einen Bogen. Kann ja nicht sein, dass du im scheiß Dschungel keine Steine findest, oder was? Mein Kopf ist auch nicht mehr ganz sauber, glaube ich. Hier sind die Steine. Das ist alter. Was? Ich habe die Steine gefunden. Die sind total süß. Gott. Ich glaube, ich komme dahin, wo du bist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was brauche ich noch? Steine und? Zwei kleine Steine. Die werden herstellen, beide machen und dann kannst du, glaube ich, ein Messer herstellen. Oder unten ist ein Eingeborener. Wo bin ich denn? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Entfernung, Taule, 22 Meter. Aber du bist ja unter mir, hä? Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich bin jetzt wieder bei Bewusstsein. Du bist, neben dir sind zwei Leute. Ey, warte mal, die schießen auf mich. Ey, ich bin tot. What the fuck?